Was ist da los? Sie müssen leider umdrehen. Da vorne gab's einen ziemlich schlimmen Unfall. Können wir irgendwie helfen? Sind Sie Arzt oder sowas? Ja, oder sowas. Nette Puppe. Denken Sie vielleicht. Das Böse ist unter Kontrolle. Wie konntest du mir verschweigen, dass du heute bei den Warrens babysittest? Und morgen sind wir in aller Früh wieder zurück. Viel Spaß. Haben deine Eltern hier gar keine gruseligen Sachen? Wir schließen alles in einem Zimmer ein. Es ist nicht gut, wenn da jemand reingeht. Mein Dad sagt, alles, was da drin ist, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer rituellen Handlung verwendet. Was ist das? Der Fährmann. Den Toten wurden Münzen auf die Augen gelegt, damit er ihre Seelen holt. Was ist mit der Puppe da drin? Annabelle. Sie wurde weggeschlossen. Dafür gibt's Gründe. Kommt Annabelle zum Spielen raus? Sie ist ein Magnet für andere Geister. Verschwinde! Mrs. Warren? Mom? Ist alles in Ordnung? Irgendwas passiert in ihrem Haus und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kann ich mit Annabelle sprechen? Wie bitte? Du musst ihr eine Seele geben, Liebes. Sie will eine Seele geben! Sie will eine Seele geben! Ich bin ein偉 .